Das Bundessiegel, es hat seine Richtigkeit. Was wollt ihr tun? Tun? Nichts weiter als eine Drohung. Ich werde sie mit einer Gegendrohung erwidern. Aber im Handeln, da bin ich stelle aus der Bund, wenn es drauf ankommt. Ihr schreibt zurück, dass bei Kriegsanstalten gegen mich im Umkreis einer Tagesreise außerhalb meiner Herrschaft alle Mühlen und Backöfen niedergebrannt werden. Alle, das Schreiben muss doch heute fort. In einer Stunde sehens den Boten, besteh mich selbst. Kaufleut sind edel worden, da spürt man täglich wohl. Es kommt der Reiterorden, wo macht sie reisig voll? Man soll sie außer glauben, aus ihren fritzenden Schauben, mit Bländen und mit Trauben, die Säuglikaufleutut. Sind seine Glieder, die Prelaten sind die Pharisäer. Ich bin ein Erleuchteter. Ein Befeuchteter. Hör auf mit deinem Geschwätz. Hör auf mit deinem Geschwätz. Oh, der Gesalbte. Kannst du dich ruhig küssen, hast du von dem? Das ist ein Erleuchteter. Ich bin er aber nicht. Sie muss sich's bei mir rauchholen. Wenn sie aber dunkel nicht kommt und lieber bei Ihrem Bräutigam bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank.